Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Trouble in Terrorist Town. Mit dabei sind diesmal eine Menge Leute, die Navoka, der Weeper, dann der Cyberbot, der Flory, selbstverständlich der Jojo, Ich möchte mit Dete angesprochen werden. Der Dete, der Snail und natürlich Echse. Hallo und wir spielen hier auf der absoluten Horrormap. Was weißt du mal in der ersten Runde müsst ihr wissen? Ah, fresh meat. Oh mein Facecam funktioniert wieder. Ja, ja, das war witzig. Oh Gott, ich hab mir heute auch eine Webcam gesetzt. Weeper, du hast jetzt umgestellt, dass man nur zwei Twitter hat, ne? Wahrscheinlich. Theoretisch ja. Lori? Ja? Ich möchte dich grad irgendwie abknallen. Das sind deine Minutepunkte. Ja, okay, der Rapp stehen, der Rapp stehen. Hörst du mich nicht lachen? Nein, wir können uns die Kauten anziehen. Warum? Er meint dich da. Einfach weil ich's möchte und weil er mit F anfängt. Und solange Freak nicht da ist, müssen wir irgendwie die Tradition beibehalten. Die Tradition muss abbehalten werden. Flori, du bist für einen guten Zweck gestorben. Hallo, Navo. What the fuck? Aber er wurde vom Deta erschossen. Warum? Gegen die Tradition. What the fuck, ist hier grad passiert? Ja, und ich hab mich gefragt. Ich schenke mich, wer sich gerade abgegangen ist. Warte mal, ich geh da. Hühner! Hühner? Was? Wo, wo, wo? Wieso? Wieso so viele Hühner? Wieso so viele Hühner? Wo? Die kommt nicht rein! Tag Leute, was ist der Deta? Lebt der Deta noch? Ja, der ist dort da drüben. Angriff der Killer Hühner, wo sind sie? Sie sind dort! Sie sind dort! Sie sind dort! Sie sind dort! Da ist einer mit dran! Ach, Hallöchen! Ach so, und Cyberbot hat mich angeschossen. Ne, Cyberbot hat geschossen? Ja, Reaper, Cyberbot hat mich angeschossen. Ich hab dich überhaupt nicht angeschossen! Ey, Deathringer! Deathringer! Ich bin hier hinter euch, hallo! Reaper, ich bin nicht im Deathringer, schau mal. Wer ist denn Deathringer? Ich hab zumindest Deathringer im Haus gehört. Zumindest kann man auch so richtig hören. Ach so, jetzt hat jemand Deathringer angemacht. Oder jemand hat in eine Steckdose gefasst, das hört sich ja ähnlich an. Ey, wer ist denn hier? Exe, warum hast du schon gehittet? Ich bin runtergefallen aus dem Fenster. Als ob? Ja, ich bin wirklich aus dem Fenster geworden. Kann man so inkompetent sein? Exe, hinter dir, Geist! Wuh! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wenn du die Geister vollst, dann auch die Geister vor dir auf. Wuh! 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 Ähm, Navo, darf ich mal ganz kurz durch, bitte? Mann! Wuh! Ich geh raus, die Geister, die nerven mich. Ein bisschen! Oh, ihr legt eine Diegel. Woh! Doch, mit mir! Wer wird eigentlich getötet, wenn der Geist nicht geht und du ein Möbelstfält hast? Niemand! Mann! Wuh! Der Geist! Der Geist wird getötet, weißt du! Aber der Geist ist doch schon tot! Mein Geist! Stuhl! Geh da rein! Sag mal, wo taucht denn der Geist in diesem Haus bitte auf? Überall! Boah! Ich breche den Kaufen durch. Das ist alles Prefire, Reaper! Okay, genau! Prefire! Wuh! Der scheiß Geist ist doch nicht gut! Wuh! Wir tun den Knopf drücken, Navo! Der Kolea, ne? Der Geist hat mich doch grad nicht verbrult, Mann! Wer hat denn da seinen Namen? Wenn du nen Namen gewechselt hast, dann werde ich dich gleich kurz raus aus dem Wander. Ich hab nicht gewusst, dass du die Wand hast. Wahre Jojo! Ich, ich versuch den Weg raus! Am Anfang F-Kabe! Na, wo? Bleib auf Abstand! Oh, oh! Da ist wieder ein Geist gewesen! Der ist nur kurz aufgetaucht! Das Vibe taucht immer nur kurz auf! Ich hab noch was Flurge mit V! Wer wär's mit V? Nee! Ja, weil ich muss ja trotzdem den Namen wechseln und trotzdem werde ich dann wieder gebannt. Und lieber bleib ich so wie ich bin! Ich hör mich nicht beim Wiederbeleben! Also entweder bin ich verrückt oder ich höre irgendwelche Stimmen! Aber ich war ja eh tot! Ja, ab und zu ja, man stimmt hier, das ist normal! Okay, das ist gut! Äh! Was war das? Der ist grad durch dich durch, Alper! Ja, ja, ich weiß! Alper! Hallo, es sei mal! Na, wo hat sich gleich Pomp Freighter mitgenommen? Alter, dass der mich nicht erwischt hat! Geist! 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 Wer hat ein Cupgeist? Wer hat ein Cupgeist? Ich kenne nur Cupcakes! Äh! Cyber! Wann? Man lebt ja auch noch! Ja, Cyber steht direkt vor! Ja, Jojo kannst du ihn doch nicht geschossen einfach! Äh, Flori, der hat Bannes entfernt! Alter, das ist der Spaß! Alter, was ist denn jetzt? Was? Team! Der wahre Jojo! Funktioniert er jetzt? Kannst du jetzt connecten? Ja, ja, ich weiß! Wie heißt der bitte? Der hat der wahre Jojo gehört! Ich geb ihm gleich das wahre Jojo! Jojo, wenn er doch mal auf mich schießt, ne? Ja komm, dann wette dich mit Wanma! Ja, ich müsste ganz schnell gehen, also keine Sorge, ich komme gleich! In der Haupthalle da! Ich hab 21 HP von 100 vorhin noch! Dann hab ich immer halt ne andere Idee! Nein! Oh, scheiße! Weil Jojo unbedingt... Nein, 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 nein! Hallo! Wo, wo, wo? Ich seh' nichts! Ich seh' den Gegner nicht! Er sieht dich aber! Oh! Jojo, weil du instant auf dich geschossen hast! Es tut mir leid! Ich hab alle meine 3 Credits wie Hühner ausgeliefert! Ich hoffe, du bist stolz auf seine Hände! Ach, da unten! Minuspunkte! Weil du hast jetzt nur noch 565 Kamer! Und ich hab Snail geproppt! Das war schön! Ja, ich weiß! Ich hab Snail geproppt! Okay! Das blöde ist, dass ich... Als ich Snail geproppt hat, aus dem Fenster geschwungen bin... Das war halt einfach ein bisschen doof! Genie! Ja, ich bin aus dem Fenster geschwungen! Ich wusste nicht, dass es so... Ja, war aber richtig! Ich wollte nicht, dass da plötzlich jemand reinkommt! Weil grundlegend stand ich ja hinter ihr! Ich hab's ja mitbekommen, dass sie ihn weggeschleppt hat! Ja, und dann hat sie gesagt, du hast mich beim Wiederbeleben gestört! Und da wollte ich dann halt... Aus Spaß! Ich denk auch, dass sie es aus Spaß gesagt hat! Aber sonst ist es so... Weeper, you don't understand, is fun? Ach man! Ach man, jetzt geh bitte aus dem Weg, wann war! Ja, tu mich! Nachdem du aus dem Weg gegangen bist! So! Wenn jetzt irgendjemand einen Namen wechseln möchte, kann er dies gerne tun! Aber bitte erst in der nächsten Aufnahmesession, beziehungsweise in der nächsten Folge! Okay, dann nähe ich dich dann Woodpecker! Ja, ich wusste jetzt nicht, dass du jetzt Bann hast für den Namen wechseln! Oh! What the fuck! Abniss den Kick! Was mit dem Bannsmeißen? Da haben wir dreifeladen! Na Trigger Happy, bist du stolz auf dich? Ja! Ach, das sind Dollars! 100-Dollar-Scheine! Ja, dass die Geld durch Maschine... Auch da gönnen die sich! Die gönnen sie ja auch nicht! Glorice! Flory! Die lachen da immer so dreckig! Bis, Flory! Wöchten sie das neue Erbe von Freak angeben? Nein, ich will nicht das Erbe! Wir sollen jemand anderes saubern. Ja, 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 ja. Nur ein Stück, ein Stück, ein Stück. Schön sie da zwei Minuten! Ich hab' mir gedacht, dass du dein Gehörst. Wöchten Sie das Erbe von Freak annehmen? Nein, danke. Nein, nein. Ah! Ah, er heißt Freak, er heißt Freak! Da muss ich ja so sagen. Freak! Nein! Das heißt, wir töten Freak und Nawoka, aber... Sorry, Nawo, zu spät! Ja, aber ich bin ja nicht Freak. Echt? Sorry, ich hab nur Sven's aufgeschossen. Okay, jetzt spring ich nicht runter. Ich hab... Lass mal! Es war das, warte! Herr Freak ist gar nicht dabei. Ich bin Inno, confirmed. Ach, was? Ja, deswegen... Was wandert, das fällt mir wirklich extrem früh auf, wenn ich so Freak nicht dabei ist. Deswegen sprach mir das Erbe von Freak. Ich war ja nicht da. Das heißt, ich töte einfach Nawo. Julia! Ich glaub, Julia hat auf mich geschossen. Nein. Die Identität von deiner Frau. Und ja. Die hat mich dann mal... Dann... Noo... Doktor Kamisama, Gehirnjogging. Denk ich bei Yo-Yo nur. Kamisama heißt zwar Gond, aber okay. Hab ja nicht Kawasaki. Und ich hab ein Advances Geyser abgehoben von der Echse. Ja, und Cyberbot, ist was? Was hier? Nee, nee, wir sind doch... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Ich hab... Nein, Ja-Yo, du hast den Geist reingelassen. Aaaaaah. Das war nicht meine Absicht. Der kam mir so durchgewascht. Hey, guck mal. Das Haus ist 114 Jahre alt. Weißt du das? Das stand 1891 an der Tür. Nee, komm mal weg da. Also mit der Identität würde ich allerdings dann in meiner Nähe bleiben. Ja, wir haben uns preparatiert. Warte, geht das hier auch noch? Bisschen noch. Ah, hier kommt der Tisch. Kann man noch bewegen. Oh, viel besser. Hey, warte, warte. Ich hab ne Bisschen. Die, warte. Ich hab ne Bisschen. Bleib mal stehen. Hier, der... Der geht auch. Moment, dann wissen wir. Moment, was geht? Aaaaaah, Jojo, schieß. Was? Den kann ich auch nicht aufheben. Oder hab ich jetzt auch... Bist es du? Bist es doch auch? Nein, ich hab den Kopf des Geyser, das auf der selten... Snape. Ja, den schmeißt du nochmal eben weg? Snape, lebst du noch? Ich will den doch haben. Ja, du bist doch trotzdem. Ich glaube, Jojo hat gerade Snape erschossen. Nein, ist wieder Cyber-Bot-LP, schade. Ich glaube, Snape wurde gerade von Jojo erschossen. Da, konnte ich den ARS gerne wieder haben. Nein, nein, ich hab ihn ja. Aber die Uniform hast du behalten, das war cool. Hey, Jojo! What the fuck? Jojo! Es gibt zwei von euch. Alter! Also doch, Jojo. Oh, jetzt zieht auch noch einer vom Dach. Oh, Mann. Ich hab Nabos Identität geklaut und genau im Moment, wo ich sie gebraucht habe, geht es nicht umgekehrt. Nee, nee, ich hab reagiert. Aber das war mal. Da war ich jetzt nur noch Nabos zu schießen und dann hat sich jemand anders gesehen, als sie nach draußen geflüchtet ist. Das war so cool. Immer diese Dach-Campers. Schlechte Leser. Alles in Fade? Reaper, du bist die ganze Zeit durch den Gang mit Fuckin gegangen. Ich bin die ganze Zeit mit dem Messer hinter dir gewesen und wollte die Identität klauen, aber du warst immer ein Stück hier zu weit weg. Aber ich bin doch nicht tot, Reaper. Wer war eigentlich mein Tick-Kollege? Ich war das, wie gesagt. Ich hab Nabos Identität geklaut und sie hat das genau gesehen. Sie hat sich einen Moment später umgedreht und hat mich mit ihrer Identität geklaut und dann musste ich schießen und dann hat sie über uns das gesehen und mich erschrocken. Du musst doch Sneaky sein. Aber Nabos, ich hab mich leider nicht hier zu spät getroffen, aber... Tut mir leid. So Sneaky kann es dir dann nicht gewesen sein, wenn du trostest. Wieso, ich bin die ganze Zeit hinter denen hergerannt, ohne dass sie sich umgedreht haben, genau als ich die Identität abrede, dreht sie sich um. Hm. Das ist dann aber nicht mehr Sneaky, wenn sie sich dabei klingelt. Das ist dann nicht meine schön, dass sie sich umgedreht hat. Pew, pew. Ah, in der Woche ist es. Ist da, ist es just so funny. Oh, am Ende mit der Couch verstecken. Ach, das geht nur in der andersrum. Aaaaaah. Keller ein. Oh, das kann mich hier nicht bewegen. Es ist total witzig, wenn du eine Leiter runterkletterst und dann auch von der Leiter weggehst und dann einfach mal... In the party. Nein, nicht in the party. Nein. Ich bin Usain Bolt. Today. Ach, Koshan. Jetzt funktioniert das hier nicht. Jojo ist hinter uns. Ist jemand für euch auch Usain Bolt? Ich glaube Snee hat sich grad zu nem Crop gemacht. Äh. Hat er? Ich glaube ja. Welcher ist oder hat er es nicht? Das hat er nicht gewacht. Das hat er nicht gewacht. Das hat er nicht gewacht. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist er jetzt Traitor? Nein. Äh. Reaper. Was war das? Noch nicht sicher. Äh. Zu 30%. Eine Rufle. Also es kann auch sein, dass Reaper mir grad ein Virus angehauen hat. Musst du husten oder was? Nein, noch nicht. Aber es kam bis jetzt nur ein Sniper-Schuss auf seiner Seite. Ja, ich huste. Ich huste. Reaper ist das Reaper. Okay. Wo ist Reaper? Wo ist'n der? Wo ist Reaper? Und nicht so nah an Jojo ran. Ja. Oh nein. Wie küsst denn ihr alle mit mir? Oh ja. Reicht euch dran doch. Reicht euch dran doch. Habe ich gerade zwei Ds und Cs gesehen? Wie Ds? Reicht die gar nicht so schön da dran ne, Florian? Machen sie doch. Ja. Also ich huste noch nicht bisher. Obwohl ich direkt nie vorbeigelaufen bin. Ich glaube auch nicht. Ich huste auch noch nicht. Also Reaper war bis jetzt noch zu Haus. Ja, müsst ihr alle ein bisschen Vitamin C nehmen. Er könnte im Weinkeller sein. Geh weg, Florian. Geh weg. Geh weg. Waaah. Äh. Okay. In dem Keller. In dem Wein, glaube ich, ist er nicht. Ich weiß, dass der Weinkeller ist für die ganze Welt oder so. Ja. Ich war's. Ey. Okay. Jojo hat mich, glaube ich, angesteckt. Ich bin proven. Ich hab kein Aktie mehr getrunken. Gut. Call Dete. Wenn du probest, geh weg. Call Dete. Ja. Au. Hey. Huch. Läu. Ich hab ein XP. Lass mich kurz noch. Hä? Hä? Okay, Geist. Geh mich. Wer war der Mavoka? Warst du? Nee. Nee. Aber ich bin... Ja. Ich hab's doch gewusst. Ich hab mal abgedrückt. Ich hab mal auslösen in den Traitor gebrochen. Was? Ich dachte mir so, ich mach mal was anderes. Was so viel einer macht? Ja, ich hielt ja gar nichts auf die Reihe. Also nehmen wir doch einfach mal den Virus. Ja. Wow. Der schießt doch nicht nur einmal. Der schießt nur einmal. Scheiße, dass das nicht funktioniert. Checksen von King. Geh ine. Das ist kein... Wenn sie beide sind... Können Mac weg? darf das nicht losgehen. Ed roll rein und lass das nicht wieder runter. Keine heraus. Engage! вполнецев... Punkt... 就是 dabei die Linke, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020